Die zweite Miss Pole Fitness Switzerland Wahl steht vor der Tür. Die Gewinnerin ist für ein Jahr das Gesicht dieser aufstrebenden Sportart. Vorjahressiegerin Jevgenia Stöckling. Die erste Miss Pole Fitness Switzerland schafft es mit ihrem Können an der Stange sogar auf die internationale Showbühne. In Deutschland sucht das Supertalent konnte sie sogar Dieter Bohlen beeindrucken. Trotzdem, einfach wird es für Jevgenia nicht ihren Titel zu verteidigen. Aus 35 Bewerberinnen wurden die neun weiteren Finalteilnehmerinnen ausgewählt, die Stöckling nun den Titel streitig machen wollen. Das sind nicht mehr als letztes Jahr. Doch das Niveau wurde klar höher. Pole Fitness konnte sich also etablieren. Für Organisatorin Daniela Baumann kein Zufall. Ich denke, wir haben da eine Marktlücke gefunden, wo man eigentlich im Sportbereich noch nicht gekannt hat. Pole Fitness ist was, wo jede Frau kann lernen und wo natürlich zusätzlich zu der Anstrengung, wo man hat an der Stange, auch noch riesen Spaß macht. Und ich denke, das ist der Erfolg von Pole Fitness. Die Miss Pole Fitness Switzerland 2011 wird am 28. Mai im Zürcher Volkshaus gekürt. Bis dahin stellen wir alle Finalistinnen kurz vor. Nach Desiree, Julia und Sandra folgen heute Sabrina, Aline, Stefanie und die Titelverteidigerin Jevgenia. Hallo zusammen, ich bin Sabrina Welty und ich komme von Biel. Durch einen Workshop mit Daniela Baumann entdeckte Sabrina das Pole Fitness und blieb dem Sport von da an treu. Aus gutem Grund. Ja, es ist halt wirklich einfach eine Sportart, die den ganzen Körper trainiert und die einfach Spass macht. Also irgendwie ins Fitnessstudio gehen, Gewicht stemmen, macht nicht so viel Spass. Auch beruflich beschäftigt sich Sabrina inzwischen mit Pole Fitness. Sie arbeitet neben ihrem Bürojob als Instruktorin. Also ich unterrichte jetzt seit Februar 2010 und habe eigentlich letztes Jahr mein Pole Fitness in Switzerland in eine Stange geputzt. Und habe dann einfach gesagt, in einem Jahr möchte ich auch hier stehen auf dieser Bühne. Und ja, es klappt bis dahin. Also ich bin Aline, ich habite Lausanne. Die Studentin aus Lausanne entdeckte den Tanz an der Stange vor zwei Jahren. Mit Tanzsport hatte sie bisher wenig zu tun. Die akrobatischen Moves trafen ihren Geschmack voll und ganz. Mit viel Fleiß und Motivation möchte sie nun den Titel holen. Aline weiß schon genau, was sie der Schweiz als Miss Pole Fitness vermitteln möchte. Ich möchte zeigen, dass alle Frauen können das, selbst wenn sie kleine Komplexen haben, was sie nicht mögen. Und dass es eine gute Vögel ist, um sich zu überlegen und zu überlegen. Hallo, ich heiße Stefanie Nunes. Ich wohne in Fui. Mit 18 Jahren ist Stefanie die jüngste Kandidatin. Also ich suchte einen Sport, wo man tanzen könnte. Und gleichzeitig ist es trotzdem echt sportlich. Und ich wollte auch ein sensuelles Sport, wo man wirklich weiblich sein kann. Deshalb habe ich Pole Fitness ausgesucht. In ihrer Freizeit spielt Stefanie im Improvisationstheater und tanzt Zumba. An der Stange trainiert sie seit eineinhalb Jahren. Als Miss Pole Fitness möchte sie ihren Sport der ganzen Schweiz zeigen. Ich bin die nächste Pole Fitness, weil ich repräsentiere die Schweiz zum Beispiel, weil ich mehrere Sprachen spreche. Französisch ist meine Muttersprache. Ich kann auch Deutsch sprechen, verstehe alles von Italienisch. Hallo zusammen, ich bin Jevgenia Stöcklin aus Zürich und ich bin Titelverteidigerin von Miss Pole Fitness Switzerland 2011. Musik Jevgenia ist die amtierende Miss Pole Fitness. Sie entdeckte den neuen Sport durch einen Zufall. Ich bin einmal im Stau gesehen und habe Werbeker auf der Straße gesehen und dann einfach bin reingekommen, geschaut und geblieben. Seither trainierte die Zürcherin intensiv an der Stange. So konnte sie Pole Fitness inzwischen sogar zum Beruf machen. Auch nach vier Jahren ist Jevgenia immer wieder fasziniert vom Tanz an der Stange. Ja, es macht mir Spaß. Ich fühle mich sexy und ich fühle mich frei und das gefällt mir sehr. Musik Musik